Harris, die bereits als mögliche Präsidentschaftskandidatin für die Zukunft gehandelt wird, hat durch ihre Bemühungen zur Spendensammlung eine breite Unterstützung in der Bevölkerung und bei prominenten Geldgebern bewiesen. Der Weg zu Rekordspenden. Die imposante Summe von 46,7 Millionen Dollar kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Zum einen hat Harris durch ihre Rolle als erste weibliche und erste afroamerikanische sowie asiatisch- amerikanische Vizepräsidentin in den USA historische Bedeutung erlangt. Diese historische Präsenz hat ihr nicht nur Respekt eingebracht, sondern auch eine beispiellose Spendendynamik entfacht. Ein weiterer Aspekt, der zu dieser bemerkenswerten Summe beigetragen hat, ist ihre aktive Teilnahme an bedeutenden politischen und gesellschaftlichen Diskussionen. Themen wie Klimawandel, Gesundheitsvorsorge und soziale Gerechtigkeit stehen im Zentrum ihrer politischen Agenda und haben viele Menschen dazu bewegt, ihre Programme finanziell zu unterstützen. Politische Rahmenbedingungen. Diese Rekordspendensumme fällt in eine Zeit politischer Veränderungen und Unsicherheiten. Nach zahlreichen Berichten und Spekulationen in den Medien, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schlagwort Biden-Rückzug, könnte es gut sein, dass Harris sich auf die Möglichkeit vorbereitet, in den kommenden Jahren eine noch prägnantere Rolle in der amerikanischen Politik einzunehmen. Das Thema Joe-Biden-Rückzug sorgt in politischen Kreisen und bei Analysten weiterhin für diskutierbaren Stoff. Besonders da Biden mittlerweile 80 Jahre alt ist und Fragen zu einer möglichen zweiten Amtszeit im Raum stehen. In den Joe-Biden-News und Biden-News der letzten Monate wurde immer wieder auf Harris' politische Effizienz und ihr starkes Engagement hingewiesen. Ein expliziter Fokus lag hierbei auf ihrer Fähigkeit, sowohl innerhalb der Regierung als auch in der Öffentlichkeit eine starke Position zu halten. Einfluss von Unterstützern Der Großteil der Spenden für Harris kam von kleineren Beiträgen aus der Bevölkerung, was die breite Unterstützung signalisiert, die sie genießt. Auch prominente Persönlichkeiten und Großspender zeigten sich von Harris' politischem Engagement angetan und investierten großzügig in ihre Initiative. Es ist bemerkenswert, dass ein erheblicher Anteil der Spenden digital generiert wurde, was auf eine effektive Nutzung von sozialen Medien und Online-Plattformen hinweist. Mit der starken finanziellen Rückendeckung und der breiten Unterstützung aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten könnte Kamala Harris eine entscheidende Rolle in der zukünftigen politischen Landschaft der USA spielen. Ihr Engagement für wichtige Themen und ihre Fähigkeit, Menschen zu mobilisieren, wird sicherlich weiterhin eine prägende Rolle im politischen Diskurs einnehmen. Es bleibt spannend zu beobachten, welche weiteren Entwicklungen in den Harris Kamala und Joe Biden News in den kommenden Monaten und Jahren auf uns zukommen werden. Anita Farke, Montag 20. Juli zum 2.